ok ab in den west schlüssel und was ist das denn jetzt nur so gerade aus welten ohne gefährliche sprung einlagen das ist doch ein trick dabei oder die wollen mich nur in sicherheit wie ich und dann kommt was ganz gemein ist ich bin da oben rum kommt das irgendwo haken dabei oder so viel zu einfach so es ist jetzt wirklich bloß weil ich eine blume habe kann jetzt sein oder das spiel auf einmal so einfach ist kann ich mir kaum vorstellen wohl ich bestimmt nur reinlegen irgendwie noch mehr mensch was da oben blume wahrscheinlich noch eine wo waren die ganze sache an diese gebraucht habe so wohin jetzt auch und ich beschwere mich noch über sprung einlagen wird zu wenige ja drüber halt jetzt kommen sie wieder doch auch nicht feuer hä wie soll man da nein kommen will ich da überhaupt nein oh nein jetzt muss ich da wieder raus bin ich blöd so und die anderen probieren wir lieber garne das aus ob da irgendwas braucht was drin ist das sieht mir nämlich recht gefährlich aus ich falle nur wieder irgendwann ein und noch hey was ist denn jetzt los so viel blumenkappt haben sie ein paar geandet aus dem ersten level und arggerunde dann eben nicht wo denn wo ist der boden wir haben wir noch eine zweite oh die verliere ich die jetzt nicht auch noch ich hoffe was treffen wird das ist oh noch mehr blumen aber welche die ich nicht mitnehmen sollte ach boah wo kommen denn die alle her ja was ist das denn für ein komischer Pfeil der ist ja rund oh ja naja Pils noch ein Level jetzt läuft es wieder wenn es so immer laufen wird wäre ich ruckzuck durch damit naja fast schon langweilig machen wir einen Untergrundaufgleich noch so viel Zeit haben wir noch ist ja erst oh so spät oh egal die Zeit haben wir noch und yeah oh fast weg mal gerannt aber nur fast und was haben wir da Pils oder alt alt Stern Stern ich komme jetzt auf Pils wenn doch jetzt eine Blume sein müssen oh nicht runter springen nicht runter springen oh sterb ist da drin Pünzen Blume und Stern Stern noch ein Stern yeah Sterne ich sehe Sterne überall ich mache ja ja so jetzt fällt mir überhaupt kein Lied dazu ein das irgendwie dazu passen würde aber egal und ich bin durch oh also nicht wirklich ne egal ich hab ich bin groß ich hab ne Blume ich kann leider die Pflanzen nicht töten weil die sind euer Fest oh 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 nein nein oh ich bin klein ich bin klein egal ich bin raus ich bin raus ich bin wirklich raus wuhuuu und noch ne Welt klare Nacht oh 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 ah ja schauen wir uns da auch noch an Oh, ich glaube, das ist die letzte. Ist das die letzte in der Welt? Und, oh, oh. Die wird mir schon gar nicht gefallen. Da ist Pilz drin, oder? Da ist Pilz, Pilz. Ah, apf. Ah. Egal. Nochmal. Das ist eine schöne Nacht. Da kann man das schon mal machen. Tschüss. Pilz. Komm, 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 komm. Komm zu Papi. Komm her. Und. Ja, hält mich auf. Gut. Ah. Puh. Nicht so oft in Abgründe springen. Das. Dann lebt man länger. Ah, super. Ich habe auch eine Blume oder so gekauft. Ich will mir so mächtig sein wie eben. Puh. Und, tschüss. Ach, da oben ist jetzt ein Pilz drin, bestimmt. Wenn ich mal ranke. Ja. Ich habe hier Blume gekriegt. Super. Ich wollte doch eine Blume haben. Blumen sind so viel schöner, habe ich fest. Stellt. Nach Münzen. Und. Ah. Rieser Entsprung. Komm. Ich will jetzt da runter. Was ist da unten? Da ist bestimmt eine Blume drin. Eine Blume. Ich brauche die Blume. Ich will die Blume. Ich will, dass ihr alle sterbt. Wie? Da ist nix drin. So ist das ein Witz sein? Ich wollte mich doch jetzt schon verarschen, oder? Leerer Block. Toll. Danke. Danke für... Gar nichts. Oh, klasse. Ganz viele Gegner. Oh, tschüss. Geisterpilz. Oh, Geisterpilz, oder? Nein. Nein. Eispilz. Eispilz. Eis. Gut. Nicht so ganz Blume, aber ganz nett. Ja, doch. Hahaha. Das ist auch nicht schlecht. Sterben zwar nicht direkt und... Ach du. Oh, man fährt gerade auf. Das Spiel singt Sound ab. Hör ich jetzt erst? Ich würde von der ganz schnellen Sorte... Ach ja, die wäre ja von dir kaum betroffen. Yeah. Wie ist es so an der frischen Luft? Gott, war dir lustig. Hör ich jetzt nicht. Hehehe. Noch ein frisches... Oh, Levelende. Levelende. Ja, ist gut. Levelende ist gut. Wo kommen wir dahin? Welt 3. Jawohl. Ab nach Welt 3. Und da ist ein Schloss. Soll ich mir jetzt langsam Sorgen machen? Schleich. Ich fahre. Musik. Bis zum nächsten Mal.